hallo youtube mein name ist mene siefer so wie ihr seht ist das mein neuer bildschirm den habe ich mir zu weihnachten gekauft und ja das ist ja mein laptop ich kann leider momentan nicht aufnehmen weil sag ich mal der speicher vom laptop komplett voll ist also das heißt sag ich mal die dateien sind zu voll weshalb dadurch kann ich jetzt nicht aufnehmen das einzige wo aufnahmen kommen ist bei den florian bei seinem youtube channel link in der beschreibung ja und sonst war das erstmal so ein kurzes info video ich kann jetzt momentan nicht aufnehmen tut mir schrecklich leid weil ich hätte jetzt sag ich mal hier zum beispiel soft park stick of tour und blind coaster hier und mein jungen vor flert das spiel würde ich gerne aufnehmen nur kann ich leider nicht wenn ich kein platz habe auf der festplatte muss mir erst mal ein separate platte holen und so alles das wird aber hier sag ich mal erst sag ich mal richtung nächsten monat funktionieren dadurch dass ja auch sag ich mal festplatte richtung 50 euro kostet also ja dann sag ich mal hat noch einen schönen tag auch noch sag ich mal frohes neues jahr weil wir haben ja jetzt schon den 3.1.2018 ich hoffe hier silvester war für euch ziemlich gut für mich war es und ja dann bin ich sag ich mal raus und dann sag ich mal tschüss bis zum nächsten mal